Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Soulcalibur 6 Storys Mission Vage der Seelen Weiter und ja wir sind ja mit der Hauptgeschichte ja durch und haben halt noch ein paar Nebenquests Und zwar als erstes in der letzten Folge haben wir ja Amy getroffen und wurden dann von ihr eingeladen Und mal sehen was jetzt dazu passiert, wie es jetzt noch weiter geht Eine Welt für sie Suchen nach Antworten Ich denke ich nehme den wieder erst mal, oder? Ne, ich denke ich hätte auch mit dem Mit dem Katzberger Auch weil Amys Dienstmittel mit solcher Leidenschaft gesprungen hatte, machte ich mich auf den Weg zum Anwesen der jungen Dame Das etwas abseits der üblichen Wege lag Bei meiner Ankunft begrüßte mich der Herr des Hauses Mal sehen was das jetzt wird Als ich in dem Haus ankam, wurde ich in den Salon geführt Willkommen in mein Haus, ich bin Raphael, der Erbe des Vermögens von Lord Dumas Ich habe gehört, dass du Amy zur Hilfe gekommen bist Ich danke dir aufrichtig, als Zeichen meiner Dankbarkeit möchte ich dich heute Abend zum Essen anladen Das ist das Mindeste, was ich tun kann Während des Abendessen prallte Raphael mit seiner Bibliothek Nachdem wir unsere Mahlzeit beendet hatten, gingen wir durch den Garten zum Anbau, um sie uns anzusehen Amy meinte, dass du gut im Kämpfen bist, wie wär's mit einem kleinen Duell Du brauchst dich auch nicht zurückhalten Ich habe Amy alles beigebracht, was sie kann Raphael ist auch so ein Charakter, der einem eigentlich leid tut Also mir tut er zumindest leid Er hat echt ziemlich viel Scheiße durchgemacht Und wo Und weil auch immer im Jahr da bin ich ein Spielball, der hat zwei Schwerter Okay, aber Nicht gut Okay, ist schon besser, gut Nicht gut Ey, fuck Aber Schon besser Aber trotzdem so optimal ist das bisher noch nicht hier gerade Gut Okay, das reicht aber definitiv Da wollte ich halt Quasi komplett auf Nummer sicher gehen Und das hat auch definitiv gereicht Gut Gut Fuck Das hat gepasst wiederum What the fucking hell Da hat er ganz schön an und spielt eben auch dazu bekommen Daneben shit Aber es sieht für mich gerade eigentlich ganz gut aus Okay, doch hat er noch getroffen Auf dem nicht weiß Also reichen wird es wahrscheinlich noch nicht für den kill Aber Nicht gut Okay, das reicht jetzt zum finishen Also ich finde es immer wieder interessant wie hoch die Geschwindigkeit hier aktuell in dem Game ist Gerade als ich dachte ihn besiegt zu haben schwächelten meine Beine und ich stolperte Im Hund Im Handumdringen hat Raphael die Spitze seines Degens an meiner Kille positioniert Ich erstarrte Den Informationen zufolge die ich bei meinen Nachforschlungen zutage geführt habe und der von dir bewiesen Macht nach zu urteilen musst du es sein Es war klug von mir Vorkehrungen zu treffen Also, Ria, ich gehe davon aus, dass du von der bösen Saat weißt Oder Katastrophe, die diese Welt im Jahr 1583 heimgesucht hat Ich spürte, wie meine Gliedmaßen allmählich taub wurden Mein Essen war wohl vergiftet gewesen Raphael redete weiter, ohne dass der Druck durch seinen Degen an meiner Kille nachließ Damals habe ich alles verloren, was mir gehörte Mein Land, meine weltlichen Besitztümer, ich hatte nichts Aber dann lernte ich Amy kennen Amy ist die Sonne, die mein Leben auffällt Und der Grund, warum ich jeden Morgen aufwache Darum suche ich nach Informationen zu Soul Edge, damit sie wirklich glücklich werden kann Raphaels eisige Worte gingen wieder zu einem freundlichen Tonfall über Ach, ich habe viele Feinde Aber mit deiner Hilfe werden meine Nachforschungen viel schneller Fortschritte machen Falls du mir hilfst, wirst du großzügig entlohnt werden Also, was sagst du? Ich gehe den guten Weg, daher, sorry Noch nie habe ich eine Näherin wie dich kennengelernt Bereite dich darauf vor zu sterben Denn sterben werden alle, die Amys Glück im Weg stehen Ich spürte, wie sein Degen gegen meine Kehle gepresste Was tust du, Raphael? Amy? Ach, wir haben hier bloß ein bisschen Spaß Hast du es nicht sogar selbst gesagt, dass unser Gast hier ziemlich talentiert ist Aber wie du sehen kannst, habe ich letztendlich gesiegt Raphael steckte seinen Degen weg, bevor er zu Amy hinüberging Wenn du deine Meinung änderst Stattte ich hier mir einen Besuch ab Lass uns wieder reingehen, ja Amy? Ich sah zu, wie die beiden ins Haus gingen Raphael hatte gesagt, dass er Amy glücklich machen wollte Aber wie passte das verfluchte Schwert in seine Pläne? Ich dachte über die Frage nach Während ich aufbrach, um meine Reise fortzusetzen Ja Dies ist echt Sinn Okay Okay, ja, ich mach das nochmal, dann bräuchte ich nicht wieder hin Eine Welt für sie, das letzte Teil Ich fragte mich, was Raphael mit den Informationen vorhatte, die er über das verfluchte Schwert gesammelt hatte Vielleicht würde ich mehr erfahren, wenn ich ihm die Texte geben würde, die ich gesammelt hatte Mit den Dokumenten kehrte ich zu Raphaels Haus zurück Wunderbar, ich wusste, dass das auf dich Verlass ist Raphael verspannte keine Zeit und begann sofort, um mit den Dokumenten zu lesen, die ich ihm gebracht hatte Interessant Nachdem er sie von Anfang bis Ende gelesen hatte, seufzte er Der Text, den du für mich gefunden hast, waren die ersten zwei Abschnitte aus einem Dokument mit drei Abschnitten Den letzten habe ich hier Raphael nahm ein Dokument aus einem Regal Ich habe es vor kurzem erhalten, ließ es selbst Der letzte Abschnitt des Gelehrten der Zukunft beschrieb einen erfolglosen Versuch, die ultimative Saat zu erschaffen Nur jene, die sich nicht derzeit im Schloss Ost-Rheinsburg aufhielten, wussten, was geschehen war Ich überlegte, wer dieser Gelehrte war Dann wurde es mir klar Und ich erschauerte Jupps das Salame Laut des Verfassers dieses Dokuments gab es zu diesem Geisterschwert keine Nachweise oder historischen Erwähnungen, noch Gerüchte oder Legenden Ich kann nicht sagen, ob es dazu da war, die Macht des verfluchten Schwarzes zu erhöhen oder einfach erwunden wurde Es scheint, dass dieser Gelehrte der Zukunft um seine Pläne für die ultimative Saat von der Verbindungsperson mit dem echten Schwert verhalten wurden Vermutlich ist dieses die echte Soul Edge Anders gesagt, wenn diese Verbindungsperson existiert, habe ich keinen Zweifel daran, dass auch Soul Edge existiert Nachdem du diese Informationen jetzt selbst gelesen hast, gehe ich davon aus, dass du das ähnlich siehst Raphael sah mich an mit einem Blick, der so scharf und bedrohlich war wie sein Degen Aber feiern wir erstmal, denn damit bin ich in meinem Plan, für meine geliebte Amy die perfekte Welt zu schaffen, einen Schritt näher gekommen Diese Dokumente werden für mich eine wertvolle Ressource darstellen Soul Edge, ich werde deine Geheimnisse aufdecken, das schwöre ich Was hat Raphael dazu gebracht, das zu tun? Wollte Amy das wirklich? Und dieser Gelehrte der Zukunft? Ich verließe das Haus mit mehr Fragen als Antworten Hm, interessant Gut, dann Erkundung beenden Das ist Zweifel auf die Macht Okay Zweifel auf die Macht ist aber nicht das, was ich jetzt machen möchte Ost-Rheinsburg nicht Ich habe hier Oh, interessant Umgebung erkunden, was ist da? Ach du Scheiße, Stufe 90, interessant So, aber erstmal mache ich jetzt Versiegeln von Astralisen, die nächste Mal sehen, was das wird, aber Stufe 90, okay Aber den möchte ich, den möchte ich definitiv noch mit, aber Alter Schwede, Stufe 90 ist echt wirklich ziemlich hart Also irgendwie kommt ja dieser Charakter gerade vom Design her bekannt, verkündet der aus Achso, ich glaube der ist aus One Punch Man Einer der Fuck nicht gut Einer der S-Klasse Helden ist das, glaube ich Wenn ich mich gerade nicht irre Kann das sein, dass ich die mit einem anderen gerade verwechsel Auf jeden Fall sieht der ziemlich ähnlich Fakt nicht gut Ähm, okay, shit Den kann ich also nicht blocken Gut, der trifft aber Gott sei Dank wieder Gut Damit dürfte ich Auch, ja, jetzt habe ich wieder einen kleinen Vorsprung Und ich denke, das reicht insgesamt Um Ihn dann auch zu besiegen Aber Okay Nicht Okay, das passiert Ist nicht so ganz optimal, aber Fuck Das macht die Sache nicht besser Komm Ey, hallo Äh, das ist irgendwie ziemlich Okay Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich verliere Ich schaffe es eventuell jetzt nochmal komplett Ihn zu will, seine Lebensweise durchzuführen Fuck, der geht ins Leere jetzt Aber Aber Okay Glück gehabt nochmal Ähm Die kritische Klingel lief zu einem Slayer, aber ich habe es trotzdem noch geschafft, ihn zu besiegen Achso, ja Und das mal wieder Nach dem Azio blauen Schwert So Ähm, okay Interessant Das hier sind wahrscheinlich weitere Kopfgeld für Schurken Dinger Ja Alles Kopfgeld für Schurken Und auf der Sorge nach Stärke Gut Was ist Jetzt Äh, komm Den mache ich noch Und dann gehe ich eventuell mal rüber zu Talim Denke ich mal Hm Okay, interessant Das war schon Eine gute Menge an Schaden, die er mir gedrückt hat, aber Fuck nicht gut Okay, der war ganz gut Der trifft Damit ist immer noch, ist jetzt immer noch nichts entschieden Okay, in dem Falle dann glaube ich an Ja, das war die Rückhand war erfolgreich gewesen, sei, würde ich mal das, würde ich das mal nennen So Schön Das trifft auch gut Nochmal Das passt ganz gut Du brauchst nicht aufstehen, du kannst auch liegen bleiben Dann mache ich dich auch halt auf dem Boden fertig Gut Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ausreicht, um ihn zu killen Ah, doch nicht Okay Dann Dann Also Das ist auch eine lustige Aktion So So Yep Mein Kopf Nach dem Aktion blauen Schwert natürlich Ja Wie viele von diesen Astralisen habe ich jetzt eigentlich schon geschlossen? Das müssten eigentlich ziemlich viele sein Aber egal Gut Und dann schauen wir mal nach Talion Ich hoffe, dass das Dass ich das Wow Okay, das Ziel ist Ah, interessant Das Ziel des Wandervogels Ich sah mich eigentlich einen Auftragsmörder Äh, dass es hingelegt Gegenüber, die man Herrn WandaVol genannte Ich fragte mich, wer ihn wohl beauftragt hatte Okay, interessant Damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas da kommt Ich bin nicht gewusst Okay, das ist richtig Okay, das ist auch Okay, das ist ein Okay, das ist richtig Okay, das ist richtig Das bin ich Okay, das ist richtig Das hat doch zumindest schon mal ganz gut funktioniert. Ich hätte zwar besser gefunden hätte ich Winden, hätte ich noch weniger Schaden bekommen, aber es war zumindest erstmal ein ganz guter Anfang. Nicht gut. Hälfte der Lebenspunkt ist natürlich nicht so optimal, aber damit habe ich wenigstens den schon mal besiegt und fehlt nur noch einer, der dürfte hoffentlich auch. Danke. So, wenn ich jetzt, jo. Damit habe ich gewonnen. Das war's. Plong. Gut. Neun Katzberger. Freue nicht. So. Ja, ich bin bei Talim jetzt angelangt. Gut. Der Dorf des Windesgottes, die letzte Priesterin. Einige Zeit war vergangen, seit ich das letzte Mal im Dorf der Windgottheit gewesen war. In meiner Abwesenheit hatte sich einiges getan und die Festvorbereitungen waren im vollen Gange. Als ich Plata traf, hatte sie ein zierliches junges Mädchen namens Talim dabei. Yay! Talim ist lustig. Ich mag sie. Als ich das Dorf das nächste Mal besuchte, war das Stamm damit beschäftigt, ein weiteres Ritual vorzubereiten. Ich hatte wohl ein Talent dafür, zu Feierlichkeiten zu erscheinen. Diese Ironie dabei ist herrlich. Ria, du bist gekommen. Plata hatte mich entdeckt. Bevor ich sie finden konnte, als ich mich umdrehte, sah ich, wie sie mit einem zielrechtlichen Mädchen herbeilief. Talim, dies ist die Person, von der ich dir erzählt habe. Talim, die sich hinter Plata versteckt hatte, trat aus ihrem Schatten hervor und verbeugte sich nervös. Hallo, ich meinte, sei gegrüßt, ich bin Talim. Talim hat die Voraussetzung, eine außerordentliche Priesterin der Winde zu werden. Die Ältesten sagen, dass sie mit ihrer Macht die Reinkarnation der alten Priesterinnen ist. Ach, ich weiß nicht. Sei nicht so bescheiden, Talim. Sie ist nicht besonders selbstbewusst, was ihren Schwerttanz angeht, auch wenn morgen der große Tag ist. Ach, ich weiß. Ria, gesegnet sei der Wind, der dich ja geschickt hat. Ich weiß schon irgendwie, worauf das hinausläuft. Du hast mir schon mal mit meinem Schwerttanz geholfen. Willst du auch meiner Cousine helfen? Was meinst du, Talim? Das wäre wunderbar. Ich wüsste es wirklich zu schätzen. Oh, Talim ist irgendwie schon niedlich. Also ich finde sie echt sympathisch. Ach so, wieder mal Rutsche. Ich geh gleich raus! Ja! Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen mit ihr den Boden aufgewischt, kann man, kann man auch relativ gut so sagen, weil so viel Zeit, wie sie auf dem, what the fuck, da hat sie mich jetzt schon mal rausgeschleudert, und wieder auf dem Boden, Nackenklatscher, okay, aber, nicht gut, jetzt habe ich ein Problem. Das habe ich noch nie erlebt, das habe ich noch nie erlebt. Und da hast du dich gleich jetzt selbst aus dem Duchenkisch rausgeworfen. Danke für all deine Hilfe. Also siehst du, wie stark sie ist? Als Platte mir Wasser reichte, sagte ich ihr, dass Thalem tatsächlich über außergewöhnliche Kraft verfügte. Ein bisschen Suizid gefährdet ist, eventuell. Thalem ist wirklich ungewöhnlich. Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung, als ich von der letzten Priesterin der Wind erzählt habe? Das ist Thalem. Morgen ist ihr erster Schwertanz. Bitte erweise ihr die Ehre, dort zu sein und ihr zuzusehen. Jaria, Platte lächelte, Plattes lächelte, doch ich spürte einen Hauf von Traurigkeit. Als ich auf dem Ritualgelände ankam, waren die Vorbereitungen bereits abgeschlossen. Unter den vielen Leuten erkannte ich Thalem, die nervös wirkte. Platte hingegen war nirgends zu sehen. Ja, Thalem begann ihre Bewegungen, waren leicht und elegant. Anders als Plattes, als sichere. Mächtige Angriffe durch, doch der Wind, der Thalem erschuf, brauste und wütete. Bis die Bäume in der Nähe sich zu verbogen, dass sie fast umstürzten. Dies war also die Macht des letzten Priesterin der Winde. Als der Tanz sich dem Ende näherte, wandte sich Thalem mir zu, genau wie Plattes getan hatte. Und ein heftiger Windslust blies mir hingegen. Im Gegensatz zu Plattes leichten Windhoch, traf mich dieser Wind mit solcher Kraft, dass ich bewusstlos zu Boden fiel. Toll. Sie hat mich ausgenockt. Danke sehr, Mädel. Als ich meine Augen öffnen zu starrte, ein jugendliches Gesicht besorgt zu mir hinab. Du bist wach, dem Wind ist ein Dank. Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich schlecht im Schwertanz. Ich habe Probleme damit, die zerstörerische und gefährliche Seite des Windes auszudrücken. Aber trotzdem, als der Tanz so vorbei war, fühlte ich mich bereit, eine Priesterin der Winde zu sein. Das habe ich dir und Platte zu verdanken. Vielen Dank, hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Oh. Nachricht der Windgottheit. Erkennung beenden, ja. Was ist... Was ist hier wahrscheinlich... Okay, Überfall im Nebel. Interessant. Gut, aber ich denke... Ja, ich versuche noch... Ich mache noch mal dieses Versiedeln von Astralis und danach beende ich die Folge. Also irgendwie sieht das etwas... Na ja, hier in seinem Fetisch. Also ich finde irgendwie die Proportionen wirken etwas komisch. Leicht, finde ich, aber... Danke dafür, den habe ich da wieder... Ja, da geht auch noch durch. So. Ja, das wirkt nicht so schlecht. Okay. Ja. Und... Und... Wuii. Ich wollte noch ein paar kurze Leistungen am Ende der Folge zeigen. Gut. Und dann... Natürlich das azure blaue Schwert. Was denn sonst? Ich versuche hier ja einen reinen... Einen reinen guten Run zu machen. Den bösen Run werde ich ja nicht als Plan, den ich selber spiele... Spielen werde. Gut. Oh. Das Ding ist weg. Och shit, ey. Ich habe echt immer so Pech. Das war nicht das, was ich machen wollte. Das ist... Die Dinger sind noch alle da. Aha. Aber... Wieso ist das jetzt weg? Das 90er Ding. Ja, ich möchte den aktuellen Modus verlassen. Fuck. Ärgerlich. Gut. Na ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Ciao.